Ich grüße euch alle, die hier heuer Abend hergekommen sind und alle anderen, die zuhören vom Bildschirm. Und ja, vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut gehabt, einen Abschnitt angeschaut hat, wie Jesus seine Jünger darüber belehrt hatte oder eine Lektion gegeben hatte, was es heißt, der Größte zu sein. Und was war der Grund für diese Lektion, warum Jesus sie darüber belehrt hatte? Nun, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Jesus, er war mit ihnen alleine unterwegs von Caesarea Philippi zurück in das Land Israel. Und dort auf diesem Weg dorthin wollte er mit ihnen nur alleine sein, um sie darüber zu belehren, was bald mit ihm geschehen wird. Er hat ihnen angekündigt, dass er bald leiden und sterben wird, dass er bereits schon überliefert worden ist in die Hände der Menschen. Und wir haben auch gelesen gehabt und gesehen gehabt, die Jünger, die haben es nicht verstanden. Die haben es nicht verstanden, was Jesus ihnen gesagt hatte. Wir haben auch nicht gesehen, dass sie nachgefragt hatten, um Klärung baten. Nein, was haben die gemacht? Sie haben auf dem Weg angefangen, einander zu beweisen, wer der Größte unter ihnen dort ist. Und als sie dann eben einen Zwischenstopp in Kapernaum eingelegt hatten, wahrscheinlich in dem Haus von Simon Petrus, da hat Jesus ihnen gezeigt oder deutlich gemacht, ihnen diesen göttlichen Rat gegeben, wie sie eben zur Größe, zur wahren Größe gelangen können. Und das war ein Rat, der ihre Vorstellung natürlich komplett auf den Kopf gestellt hat. Wenn wir Menschen nach Größe streben, dann verfolgen wir sicherlich nicht das, was Jesus sie gelehrt hatte. Und wir haben damals gesehen gehabt, Jesus sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste oder der Größte sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und unser heutiger Abschnitt erknüpft noch an dieser Situation an. Die Lektion darüber, was es heißt, der Größte zu sein, geht noch etwas weiter. Und das wollen wir eben lesen in Markus 9, Markus 9, ab Vers 38 bis 41. Markus Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 38 bis 41. Wie gesagt, es ist noch dieselbe Situation, wir sitzen im Haus, Jesus hat sie belehrt gehabt und jetzt kommt Johannes zu Wort. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihn, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinen Namen tut, meinen Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und ich habe diesen Abschnitt in drei Punkte aufgegliedert gehabt und der erste Punkt ist, der Stolz, der dem anderen Größe, der dem anderen keine Größe gönnt. Wir haben gelesen, Jesus, er belehrte sie darüber, was es heißt oder wie sie zu wahrer Größe gelangen können und dann unterbricht scheinbar Johannes Jesus, indem er folgendes sagt. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihn, weil er uns nicht nachfolgt. Nun, es ist irgendwie vielleicht unklar, warum Johannes jetzt hier das zur Sprache bringt. Er schildert hier von jemandem oder beschreibt jemanden, der unterwegs war und in Jesu Namen Dämonen ausgetrieben hat und er meint, wir haben es ihm verboten gehabt. Wir lesen davon nirgendwo in den Evangelien, aber die Situation hatte sich irgendwo zugespielt gehabt, sodass Johannes das hier vorbringt. Und es ist auch interessant zu sehen, dass Johannes das hier anspricht. Ich weiß nicht, welche ihr Vorstellung von Johannes habt, Johannes als Apostel, aber man nennt ihn häufig Apostel der Liebe, dass er so ein sanfter war, ein milder Apostel, nicht so wie Petrus, der ständig da irgendwie reingegritscht ist, irgendwas gesagt hat oder mit dem Schwert dreingehauen hat. Von Johannes haben wir nicht so einen Eindruck. Aber hier und an einer anderen Stelle, zu der wir auch noch kommen werden oder die ich erwähnen möchte, sehen wir, dass Johannes vielleicht doch nicht so ganz eben immer so ein Apostel der Liebe war. Hier unter anderem sehen wir, dass er einen zurechtgewiesen hat oder er nimmt die Wirrform. Wir wissen nicht, ob er es genau, gerade er diesen jemanden angesprochen hatte, aber er musste oder sie mussten da jemanden zurechtweisen, der im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben hat. Und er und sein Bruder, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Situation erinnert, Jesus war dann unterwegs von Galiläa nach Jerusalem und sie mussten durch Samaria oder sind durch Samaria gereist und dort war ein samaritisches Dorf. Und weil diese nicht so gastfreundlich waren, meinte auch dieser Johannes und sein Bruder Jakobus, Jesus, komm, wir äschern mal das ganze Dorf hier ganz schnell ein. Wir verbrennen es, weil sie so unfreundlich sind. Und Jesus hat nicht umsonst ihnen den Namen gegeben. Daher lesen wir auch an einer Stelle Boanerges oder Donnersöhne. Und Jesus gab ihnen diesen Spitznamen wegen ihres Übereifers in so manch einer Situation. Und auch hier an dieser Stelle, denke ich, können wir auch ein wenig diese Kraft des Donners aus Johannes eben sehen, wie sie hervorbricht. Und was wir auch hier bedenken müssen, was interessant ist, Vorher in Caesarea Philippi haben sie versagt gehabt, einen Dämon aus einem Jungen hinauszutreiben. Aber hier bringt es jetzt zur Sprache, indem sie jemand beschreiben, wo sie es jemand anders verboten haben. Und das ist doch auch, wie wir häufig Menschen sind. Unser Stolz lässt uns ganz schnell vergessen, unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Versagen. Und im nächsten Augenblick sind wir bereit, andere ihre Fehler vielleicht aufzuweisen und ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ja, wir sehen, die Apostel, sie mussten auch lernen. Sie mussten sich, ja, weiterentwickeln, mehr und mehr in das Bild ihres Herrn und Meisters. Und was wir auch hier an dieser Stelle wunderbar sehen können, dass wir diese Ehrlichkeit der Apostel auch hier sehen können. Diese Evangelien, sie wurden ja nicht wie Tagebücher geschrieben, sondern rückwirkend hat man alles aufgeschrieben gehabt, damit diese Botschaft von Jesus ausgebreitet wird. Und wo die, ob Matthäus oder Lukas oder wie hier bei Markus, sehen wir, dass sie ehrlich alles aufgeschrieben haben, all ihre Fehler und Versagen. Sie haben nichts beschönigt gehabt, indem sie ihre Fehler unerwähnt ließen, sondern sie beschreiben ihr eigenes Versagen. Und Markus, er war, man sagt, er war ein Jünger von Petrus, der nachher viel von Petrus gelernt hat. Und Petrus hatte ihm erzählt gehabt, im Auftrag von Petrus hat er sein Evangelium hier aufgeschrieben gehabt und hat beschrieben, wie sie einmal waren, wie sie einmal oder damals vieles lernen mussten und sich in das Ebenbild Christi verändern lassen sollten. Und hier sehen wir auch an dieser Situation, die Jünger, sie streben nach Größe, obwohl Jesus sie irgendwo ganz anders ihrem Blick hinweist. Sie kämpfen, bekämpfen sich um Größe. Und auch hier sehen wir, dass sie meinen, anderen etwas verbieten zu müssen. Nun, wie gesagt, wir wissen nicht, wann genau sich dieser Vorfall ereignet. Und ich glaube nicht, dass er jetzt auf dem Rückweg von Caesarea Philippi nach Land Israel ereignet hatte. Müsste vielleicht ein andermal gewesen sein. Aber lass uns mal versuchen, in diese Situation sich hinein zu versetzen. Johannes sagt, da ist einer unterwegs. Wir wissen nicht, wer es war. Aber er ist in deinem Namen unterwegs. Und dieser Mensch hilft anderen, von der Macht des Teufels freizukommen. Er treibt Dämonen aus in deinem Namen. Und eigentlich müsste es doch etwas Wunderbares sein, dass da jemand ist, der die Macht der Finsternis bekämpft, der Menschen aus dieser Macht der Finsternis, aus den Zwängen Satans, befreien möchte. Aber Johannes oder die Jünger waren der Meinung, nee, das ist nicht richtig, was er da macht. Wir müssen es ihm verbieten. Johannes sagt hier, oder warum haben die es verboten gehabt? Johannes sagt, weil er uns nicht nachfolgt. Also er meint nicht, dass sie, oder dass diese Person nicht ein Jünger von den Jüngern ist, sondern er folgt nicht mit uns zusammen. Er gehört nicht zu unserer Zwölfergruppe. Er gehört nicht zu unserer Mannschaft oder zu unserer Gruppe, die wir, Jesus, dir nachfolgen. Er ist vielleicht nicht einer wie wir, der alles verlassen hat und jetzt dir nachfolgt. Er ist nicht einer von uns. Und somit hat er keine Zertifizierung, diese Tätigkeit auszuführen. Er, weil er uns nicht nachfolgt, sagt Johannes hier, will er das tun, Dämonen ausreiben in deinem Namen, so muss er hier unter uns sein. Und wenn er das nicht ist, oder weil er das nicht ist, so hat er kein Recht, diesen Dienst zu tun. Das war die Ansicht der Jünger. Das war, oder die Jünger, sie meinten, nur sie hätten dieses exklusive Recht, im Namen Jesu hinauszugehen, um Wunder zu tun, um Menschen von den Dämonen frei zu machen. Und wir Menschen denken oft in unserem Stolz, dass wenn etwas nicht von uns getan worden ist, so kann es kein anderer, oder dann kann der andere auch nichts Gutes bewirken. Oder es kann nichts Gutes sein, wenn es andere tun. Und wir sind oft so in unserer Denkweise. Und das war auch die Denkweise der Jünger hier. Er gehört nicht zu unserer Gruppe und er hat nicht die Erlaubnis, das zu tun. Und lasst uns mal sehen, was Jesus dazu sagt. Vers 39. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Jesus, er heißt es nicht gut, dass sie diesen Verbot ausgesprochen haben, dass sie sich dieses Recht genommen haben, es diesen Menschen zu verbieten. Jesus sagt, wehrt ihm nicht, sie sollen es ihm nicht verbieten. Sie sollen diesen Dienst nicht verachten und diesen als schlecht ansehen. Und Jesus erkannte wahrscheinlich diesen Menschen. Er wusste, er ist der Herr, er weiß, kennt einen jeden. Und auch wenn er uns hier jetzt vielleicht nicht bekannt ist, oder vielleicht war er den Jüngern auch fremd. Aber wir können sehen, dass zur damaligen Zeit auch andere Jesus nachgefolgt sind. Auch nicht in dieser engsten Gruppe, aber an Jesus geglaubt haben und in seinem Namen hingegangen sind und diese Wunder getan haben. Die Jünger waren nicht die einzigen, sondern es waren auch andere im Namen Jesu unterwegs. Und deshalb sagt Jesus auch hier zu seinen Jüngern, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Jesus sagt, er ist in meinem Namen unterwegs. Er bekennt meinen Namen in diesem Dienst, den er tut. Und er redet nicht schlecht von uns. Er stellt sich diese Wunder, die er tut, nicht sich selbst in den Mittelpunkt, sondern er ist in den Namen Jesu unterwegs. Er macht Jesus groß. Er stellt Jesus in den Vordergrund und er redet gut von Jesus. Er bezeugt wahrscheinlich dort, dass es in der Macht Jesu geschieht und dass Jesus unter ihnen ist der Christus, der Messias, der eben diese Menschen frei macht. Er macht diesen Namen Jesu groß, indem er diese Wunder dort getan hat. Und er hat sich nicht selber zugeschrieben, sondern Jesus sagt, er tut es in meinem Namen. Und ich denke, das ist auch hier der Unterschied zu der Warnung in der Bergpredigt, die Jesus uns über die falschen Propheten gab. In Matthäus 7, 22 heißt es, Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweisagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Hier diese falschen Propheten, diese Wunderwerke, sie sagen, wir haben es in deinem Namen gemacht. Aber Jesus sagt, nein, ich kenne euch nicht. Ihr habt es nicht in meinem Namen getan. Aber dieser andere, der uns hier beschrieben wird, er hat es im Namen Jesu gemacht. Er ist hingegangen und hat den Namen Jesu groß gemacht. Und wir können das auch auf einer anderen Begebenheit sehen, aus der Apostelgeschichte, die Söhne Skevas. Sie kannten Jesus auch nicht, aber sie wollten in dem Namen Jesu, oder sie haben den Namen Jesu als ein Zauberwort benutzen wollen, um so Dämonen auszutreiben, damit sie eben diese Ehre bekommen und nicht Jesus. Und so lesen wir das in Apostelgeschichte 19, Verse 13 bis 15. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, dem Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne des jüdischen Hohen Priesters Skevas, die dies taten. Der böse Geister beantwortet und sprach ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Hier sehen wir, die kannten Jesus nicht, aber versuchen das als ein Zauberwort zu benutzen, damit sie eben als diese Wunderheiler dastehen können. Und wir wissen, dass es denen dann auch nicht gelungen ist. Und wir sehen hier, die Jünger, sie dachten, nur sie hätten dieses exklusive Recht. Im Namen Jesu auszuziehen und im Namen Jesu unterwegs zu sein, um diese Wunder zu vollbringen. Sie haben sie erst dieses Recht nur für sich als Gruppe beanspruchen wollen. Und jeder, der nicht zu ihrer Gruppe gehörte, er hatte somit kein Recht. Und ihr Stolz hat diesem anderen Nachfolger Jesu quasi gehindert, groß zu sein. Er war unterwegs im Namen Jesu. Er hat gedient. Und wir haben gelesen, oder wie Jesus das beschrieben hat, wer der Größte sein will, soll der Letzte sein und von allen und aller Diener sein. Er ist umhergezogen und hat anderen gedient. Jesus hat ihm auch diese Größe zugesprochen, aber die Jünger, sie wollten ihm diese Größe nicht gönnen und haben es verbieten wollen. Aber Jesus, er sagt ihnen, mach das nicht, mach das nicht, er ist in meinem Namen unterwegs. Und Jesus ernennt noch zwei weitere Gründe, warum sie so etwas nicht verbieten sollen. Und ich habe das unter dem zweiten Punkt zusammengefasst, der Segen, wenn man anderen Größe gönnt. Und so heißt es im Vers 40 und 41, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch ein Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Jesus ergibt hier zwei weitere Gründe, warum sie, wenn auch andere unterwegs sind, im Namen Jesu es nicht verbieten sollen. Jesus sagt im Vers 40, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Jesus sagt ihnen somit, auch wenn er nicht mit uns zieht, er ist nicht unser Feind. Er ist nicht einer euer Gegner oder er ist nicht euer Konkurrent, sondern er baut mit euch zusammen das Reich Gottes. Er ist, wie gesagt, kein Konkurrent, sondern ein Mitstreiter. Er stellt sich unter dieselbe Flagge und kämpft für denselben Banner, den Namen Jesu. Auch wenn er nicht mit euch in einer Kampffreihe steht, vielleicht in einer anderen Stelle kämpft, so kämpft er doch mit euch zusammen für den Namen Jesu. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und deshalb soll er nicht an seinem Dienst gehindert werden. Es soll ihm nicht verboten werden. Er ist für uns. Und das ist der Segen, den Jesus hier darstellt. Er wirkt mit euch zusammen für das Reich Gottes. Und darüber sollt ihr froh sein, dass ihr nicht die Einzigen seid, sondern es andere gibt, die zusammen mit euch das Reich Gottes bauen. Und deswegen sollten sie ihn nicht verachten, sollten ihn nicht es verbieten. Er ist gemeinsam mit euch unterwegs, um die Werke des Teufels zu zerstören und so das Reich Gottes zu bauen. Auch wenn er unbekannt ist, wenn er vielleicht nicht so viel unterrichtet worden ist, wie die Jünger von Jesus selbst, aber dennoch da umher zieht und den Namen Jesu groß macht, so sollen die es anerkennen. Sie sollen seine Treue und seine Hingabe wertschätzen und diesen Dienst im Namen Jesu anerkennen. Und Jesus ergibt hier in Vers 41 einen letzten Grund, warum sie es nicht verbieten sollen. Wir lesen dort, Denn wer euch ein Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Die Jünger, sie haben es verboten, ihr habt diesen anonymen Nachfolger Jesu, der uns unbekannt bleibt, im Namen Jesu Wunder zu tun. Aber Jesus macht ihnen hier deutlich, dass sogar noch viel kleinere Dinge, die in seinem Namen geschehen werden, belohnt werden. Die Jünger, sie sahen es nicht als wertvoll genug an, dass der eine umhergezogen ist und den Namen Jesu groß gemacht hat, auch wenn er nicht zu ihrer Gruppe gehört. Aber Jesus macht ihnen deutlich, dass Jesus etwas viel Kleineres belohnen wird, wenn es in seinem Namen geschieht. Jesus sagt hier oder benutzt hier, dass ein Becher Wasser dort in Palästina, wo es heiß ist, war dieser Becher Wasser immer so kostbar. In unserer Jahreszeit vielleicht einen heißen Tee, wenn man ihn angeboten bekommt oder jemanden anbietet, der Christus nachfolgt. Es wird belohnt werden. Das sagt Jesus hier. Die Taten, die an den anderen, der zu Christus gehört, Jesus sagt hier, denn wer euch ein Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört. Wenn man denen, die Christus angehören, etwas Gutes tut, Christus sagt, das werde ich belohnen. Das wird nicht unentgolten bleiben. Und wir haben es schon letztes Mal gesehen, vor zwei Wochen, wo Jesus dieses Gericht beschreibt, wo die Trennung erfolgt zwischen den Böcken und den Schafen. Und da sagt er, Matthäus 25, 40, und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und das wird Christus, oder Christus lässt sich nicht umsonst ehren. Christus lässt sich nicht umsonst dienen. Sein Dank, sein Lohn wird nicht ausbleiben. Und das macht er hier seinen Jüngern deutlich. Wenn da jemand unterwegs ist in meinem Namen, auch wenn er vielleicht anders aussieht wie ihr, wenn er vielleicht anders belehrt ist wie ihr, wehrt ihn nicht. Es wird ihm vergolden werden. Er tut es in meinem Namen. Er tut es für mich. Und ihr solltet es auch als eine gute Tat an euch ansehen, dass er mit euch zusammen eben diesen Dienst tut. In diesem Abschnitt gibt Jesus eben diese Lektion seinen Jüngern, was es heißt, der Größte zu sein in den Augen Gottes. selbst klein zu werden, der Letzte zu werden und allen zu dienen, auch den Kleinsten dienen, wie wir es letztes Mal gesehen haben, Kindern, wo man vielleicht nichts zurückbekommt, dass man anfängt, denen zu dienen. Aber auch hier haben wir heute gesehen, dass es Größe darin besteht, wenn man auch anderen Größe gönnt, dass man andere nicht verwirft, auch wenn sie nicht mit uns zusammen dem Herrn dienen, aber dass man da kein Hindernis ist. und der Schlüssel, und das ist der dritte Punkt, um zur wahrer Größe zu gelangen, wollte ich noch einmal zusammenfassen hier, wie wir wirklich diese Ausrichtung haben oder diesen Schlüssel haben können, in unserem Leben zu dieser Größe zu gelangen. In diesem Abschnitt, ab Vers 30 bis 41, ja wird ein Objekt insgesamt viermal genannt und betont. Und schaut mal, Vers 37, wer eines von solchen Kindern aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt mich auf. Vers 38 hat Johannes gesagt, Lehrer, wir sahen jemanden austreiben in deinem Namen. Vers 39, Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Und Vers 41 haben wir gelesen, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, viermal geht es um den Namen Jesu oder um Christus. Und das wird uns helfen, zur wahren Größe zu gelangen, wenn wir alles, was wir tun, im Namen Jesu tun. Und das hat Paulus den Kolossern geschrieben, Kolosser 3, Vers 17, und alles, wirklich alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut, im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist der Schlüssel, den wir haben, um zur wahrer Größe zu gelangen, dass wir alles im Namen und für den Namen Jesu tun. Und das macht Jesus hier in diesem Abschnitt deutlich, was es heißt, zur wahren Größe zu gelangen, wenn wir es für Jesus tun, wenn wir den Kleinsten dienen, als wenn wir Jesus dienen würden, wenn wir anderen anerkennen, die Christus dienen, dass sie es für Christus tun, dass sie es für seinen Namen tun und dass, wenn uns gut oder wir anderen Gutten tun oder andere uns was Gutes tun, diesen Becher Wasser zu geben, dass es für Christus geschieht und dass Christus es belohnen wird. Und so lasst uns uns auch selber prüfen, wie wir, ob wir auch diese Neigung haben, wie es bei den Jüngern war, diesen Stolz, andere vielleicht zu kontrollieren, andere vielleicht, zu beurteilen, vielleicht sogar zu verurteilen, auch wenn sie vielleicht nicht zu unserer Gemeinde gehören, wenn sie etwas anders aussehen wie wir, vielleicht wenn sie andere Ansichten vom Wort haben, sich kleine Unterscheidungen, kleine andere Erkenntnisse sind, aber Jesus sagt hier, wenn sie es in seinem Namen tun, wenn sie den Namen Jesu groß machen, wenn sie zur Verbreitung des Evangeliums aus sind, wenn das geschieht, dann haben wir kein Recht, sie zu verurteilen, dann haben wir kein Recht, ihnen zu sagen, dass sie es falsch machen, wenn sie anders etwas anderes Gottesdienst gestalten, wie wir. Wir haben kein Recht dazu. Das verbietet es hier Christus, seinen Jüngern, auch wir sollten uns davor bewahren, andere zu verurteilen, weil sie vielleicht anders aussehen, vielleicht anders belehrt sind. Aber wenn es darum geht, dass der Name Jesu groß gemacht wird, dann sollen wir dafür dankbar sein, dass sie auch dabei sind, das Reich Gottes, das Reich Jesu zu bauen, dafür sollen wir dankbar sein und diese nicht zu verurteilen. Und Paulus hat es auch an die Römer geschrieben und damit möchte ich schließen, wo es darum ging, dass der eine stark ist im Glauben, der kann alles essen, der andere nicht, der andere hält diesen Tag groß, der andere nicht. Und schaut mal, was Paulus in diesem Zusammenhang sagt. Wer bist du? Römer 14, 4. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Wir haben kein Recht, andere zu beurteilen, wenn sie im Namen Jesu unterwegs sind. Wir sollen dankbar sein, dass das Reich Gottes gebaut wird und lasst uns auf uns selbst Acht haben und dass wir uns prüfen, ob wir alles im Namen Jesu tun, ob wir auch diese Taten, die im Namen Jesu auch geschehen, auch wenn sie vielleicht unseren Vorstellungen irgendwo nicht entsprechen, uns vielleicht komisch vorkommen, ungewöhnlich, aber lasst uns Christus dafür danken, dass er auch andere Diener hat, die ihm dienen, da wo er sie einsetzt. Und lasst uns Christus anbeten und auch bitten, auch in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir, ja, man neigt dazu auch, auf Distanz zu gehen, man hat Angst, sich anzustecken, aber lasst uns alles im Namen lernen, alles im Namen Jesu zu tun, dass der Name Jesu in allem groß gemacht wird und wir so zur wahren Größe gelangen können. Amen. 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 Vielen Dank.